Pflege – Deine Leidenschaft. Zum Beispiel hoch spezialisiert auf der Intensivstation der Universitätsmedizin Greifswald. Hier benötigen die Patienten besondere Hilfe mit moderner Technik und intensiver Betreuung durch erstklassig ausgebildetes Personal. Wie Dich? Wichtige Handgriffe sind Dir schon bald vertraut. Du arbeitest in einem Team. In unserer Intensivpflege kümmerst Du Dich in der Regel um zwei Patienten. So hast Du die Zeit, die gute Arbeit benötigt und die für unsere Patienten so wichtig ist. Zu Deinen Aufgaben gehört auch die medizinische Dokumentation. So sind alle bestmöglich über den exakten Zustand des Patienten informiert. Gerade in Notfällen bist Du gefragt. Du bist optimal vorbereitet und kannst eigenverantwortlich helfen. Jeder weiß, was zu tun ist, jeder Handgriff sitzt. Du arbeitest mit Deinem Team eng und sicher zusammen. Auf Euch ist Verlass. Wer eine solche Situation erlebt hat, weiß, dass Pflege nicht einfach nur ein Job ist. Deswegen sind wir immer auf der Suche nach gut ausgebildeten Pflegekräften. Bist Du dabei? Wenn Du interessante und wichtige Aufgaben wie diese übernehmen möchtest, komm zu uns. Zur Uni Medizin Greifswald. Pflege. Deine Leidenschaft. Pflege. Deine Leidenschaft. Hmmm. associ испcautos.